Aufgeregt. Ich habe Angst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Escape from Tarkov. Ob dies eine Spezialfolge unter der Woche wird oder ein reguläres Tarkov am Sonntag, seht ihr. Unter der Woche oder am Sonntag. Ich bin schon relativ müde, aber habe noch eine Runde Bock auf Action. Deswegen gehen wir jetzt in der Skeff rein. Ich weiß auch gar nicht mehr, wenn ich jetzt Beute mache, dass ich das Ganze in meinem Inventar unterbringen soll. Da muss jetzt einiges auf der Strecke bleiben. Wir steigen um 11 Uhr ein und mit Vlad Kochärger wird es dieses Mal wohl eine Folge ohne Wiederkehr. Ich verspreche euch, wir suchen richtig Ärger. Großes Risiko, große Ertrag, Fragezeichen oder großer Misserfolg. Das seht ihr gleich. So, da wären wir. Ruined route. Ruined route. Ruined. 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 Abgefahren. Okay, ich weiß auch, wo wir sind. Nämlich in Flussnähe. Da drüben ist gleich der Bunker. Nämlich erstmal checken, was wir hier so an... Ja. Inventar, man gibt uns ein nicht mal voll geladene Shotgun in die Hand. Also wie finde ich denn das? Also ich würde mal sagen, wir räumen hier mal den Stützpunkt aus. Ja, das ist Step 1. Das müssen wir ein bisschen clever anstellen, weil wir haben keine Panzerung, wir haben einen Helm. immerhin. Falls uns jemand in unser hübsches Gesicht... Habe ich hübsches Gesicht gesagt? Also ich glaube, nee, so hübsch sehen wir gar nicht aus. Aber falls uns da jemand reinschießen will... Ja, dann geht das mal gar nicht. Äh... So. Jetzt schützen wir uns davon. Da wird schon wieder feinste SM-Action betrieben, ja. Ist schon ein bisschen ekelhaft. Also... Das passiert mit euch, liebe Kinder, wenn ihr so etwas nachmacht, ja. Auf jeden Fall gegönnt. Geht auf seinen Nacken. Äh, der wird ja umgebracht. Ich habe mir mal die Wumme abgenommen. Die müssen vorsichtig sein. Das ist ein... Oder... Ist das denn ernst gewesen, dieser Lacher? Wirklich? Ja, also ich würde mal sagen, erster einzige... Jo, Brudi. Sorry, nichts Persönliches, ne? Ja. Ja. Ja, mein Gott. Leben ist weder Ponyhof noch Wunschkonzert. Also jetzt ist es jetzt der perfekte Sadomaso-Look. Aber... Das ist schon irgendwie ein bisschen ekelhaft. Ich finde es ein bisschen krass in dem Game, dass man wirklich übertrieben viele Shotgun-Rounds immer dabei hat. Also so, das ist so von der Verhältnismäßigkeit. Zu dem, was man für andere Waffen dabei hat, wirklich krass. Also... Ist das jetzt eine falsche Annahme? Staffelback nehmen wir mal mit. Jo. Opti. Hm... Ja. Ich glaube, das war's erstmal. Einfach die Mama. Genau. Äh... Äh... Was geht hier noch ab? Die Sicht ist wirklich... Also ich weiß auch nicht, ob dieses... Wie nennt man das? Dieses Visier. Sagt man dazu Visier? Ist es ein Visier? Ich suche, dass hier gerade runtergeklappt wird. Ist ein Visier. Glaube ich. Ob das effizient irgendwie schützt. Ja, und äh... Weißt du schön, da gehen wir jetzt hier zur Klinik, ne? Wie gesagt, äh... Es ist heute nicht im Interesse irgendwie heil aus der Geschichte rauszukommen, sondern... Wir suchen einfach gezielt Stress. Wir müssen kämpfen üben, Freunde. Nur durchs Kämpfen und durch Kampfsituationen werden wir besser. So ist es. Das ist wie wenn ihr... Eine Ahnung. Wie wenn ihr einfach nie eine Prüfungssituation habt und immer nur lernt. Und dann habt ihr die erste Prüfungssituation und kommt einfach mit dem Stress nicht klar. Und wir müssen jetzt lernen, uns an diese stressigen Situationen zu gewöhnen. Das wird am Anfang wahrscheinlich ganz schön bitter sein. Hier kommt einer hinterm Eck vor Ort. Ein bisschen besseres Gier. Äh... Ja, und das war's dann mit uns. Aber... Aber, liebe Freunde. Wir haben ja einen Flashlight dran. Und... Wir werden dazulernen. Ich glaub, die Shotgun ist die bessere Wahl. Ich bin mir nicht sicher. Hier werden wir natürlich auch rigoros mit unseren Feinden verfahren. Das ist natürlich selbstredend. Machen wir ja keine Spielchen, ja. Also... Wir machen doch Spielchen. Also... Wenn das Ding hier hoch... Das setzt sich nämlich noch viel schlechter. Hier erstmal horchen. Moment. Ich muss mich erstmal kratzen. Moment. So. Das hört sich gut an. Und wir haben jetzt auch natürlich schon nachts 2 Uhr. Also so Realtime. Freunde, Realtime. Und... Ich weiß nicht, was hier auf dem Server natürlich noch los ist. Läuft was? Ja. Spionieren. Das sind definitiv Spiele, oder? Wollen wir die mal verfolgen? Das können natürlich auch das jetzt das abrupte Ende dieser Folge sein. Aber ich... Geh mal das Risiko ein und verfolge die einfach mal. Aber... Vielleicht kriegen wir das irgendwie clever angestellt und... Gingen sie doch irgendwie überrascht. Natürlich abartig gut. Also so mit einem Scope könnte man die natürlich jetzt schon aufs Korn nehmen. Also jetzt nicht, aber... Also ihr wisst. Die müssen halt einfach intelligenter und effizienter und auch natürlich scropelloser sein. Natürlich bescheuert. Ich weiß nicht, ob die hier lang gelaufen sind. Das können natürlich jetzt ähm... Ganz schön bitter enden. Wenn die mich jetzt nämlich gesehen haben... Die einfach am Zaun warten, dann ist natürlich äh... Feierabend für mich. Also... Mit meinen Skills... Ähm... Meinem Aim... Daraus resultiert und... Äh... Ja... Gepaart mit meiner Ungeschicktheit... Manche würden das Blödheit oder Unfähigkeit nennen. Ich nenne es Ungeschicktheit oder Schusseligkeit. Äh... Habe ich natürlich ganz schön schlechte Karten gegen zwei Gegner. Und wenn die hier... Auch nur... Minimal Grips und... Warte, was ist da los? Minimal Grips haben, dann... Gehen die mir hier schneller einen Stecker... Als ich meinen Monatslohn ausgeben kann. Aber ich geb den gar nicht so schnell aus. Das war ein schlechtes Beispiel. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Oh yes. Oh, das war er. Das war ein Gegner. Scheiße. Stecken wir hier in der richtigen Tita-Tinte. Unsere einzige Möglichkeit, hier wieder rauszukommen. Epp! Jawoll, Nutella-Athlet. Nice! War das ein Gegner? Also es war ein Gegner im Sinne von... Es war bestimmt ein... Ein NPC. Weiß es nicht. Ach, wisst ihr was? Jetzt reicht's hier. Weiß nicht welcher Film das war, aber da wurde gefragt... Wollt ihr ewig leben? Und da war die Antwort nein. Es ist ein Gegner, das strafet. Wir hauen ab. Wir lassen ihn kommen. Das ist jetzt nicht im sexuellen Sinne, ne? Romo. Äh. Das Licht geht irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich drück F. Wir stecken uns jetzt im Wald. Der gierig wird. Gierig wird. Sein Leben ein Ende setzen. So sieht es nämlich aus. Wir fischen uns jetzt an wie so ein Indianer. Oh ja. Ich bin halt auch selber gierig wie Sau. Das ist das Problem. Ich bin selber so ein ungeduldiger Gesell. Also was solche Dinge angeht, in so Spielen bin ich so unglaublich ungeduldig und neugierig und so. Das wird mir immer wieder so ein Verhängnis. Also im echten Leben bin ich halt gar nicht so. Das ist das Problem. Wenn so Spielen... Ich bin so richtig kehlgierig. Was mir jedes Mal zum Verhängnis wird. Wenn ich den jetzt wahrscheinlich abcampen würde, würde er hier irgendwann mal selber vielleicht durchlaufen. Und ich müsste ihm einfach nur noch so eine Ladung im Rücken jagen. Aber so... Das wird... Ich zeig's euch, wie es ablaufen wird. Ich hab keine Geduld. Ich lauf runter und der schießt mir einfach irgendwo rein und ich bin tot. Irgendein beliebiges Körperteil. Ich ahne das schon. Ich kenn mich ja, ne? Okay, wär schlimm, wenn nicht. Tja. Den Observer. Okay. Der Platz zum Observen ist... Oh. Geh zu, ne? Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber ich seh nicht viel. Hm. Ich will jetzt ärgere. Ich will jetzt kämpfen. Ich hab jetzt Lust einfach... Einfach auf wilde Ballereien. Weil, ich meine... Ja, Shot ganz schön und gut. Aber da krieg ich dann... Was weiß ich... 30.000, 40.000 Credits. Wow. Kann ich nix mit anfangen. Völlig ist ja quasi for free und... Über 500.000. Ja, ich weiß jetzt nicht viel. Ihr habt bestimmt Millionen oder so. Und ich will damit nur sagen, was ich mir so ziemlich das meiste kaufen kann. So ein Grundstock und ja noch ein volles Inventar hab und... 40.000 haben oder nicht haben. Darauf gibt Pfiffen. Genau. Was juckt mich? Meine Nase juckt. Ein blöder Zeitpunkt. Warum juckst du? Wir dürfen auf jeden Fall, wenn hier was kommt, nicht lang zögern. Wir müssen einfach... Wie soll man sagen? Registrieren und agieren. Direkt. Muss... Eine Bewegung sein, sozusagen. Und wir müssen die... Diese Mid- und Long-Range Kämpfe einfach meiden mit der Wumme. Das ist einfach Pakt. Wir müssen uns hier... Immer auf Close-Range aufhalten. Nur da sind wir tödlich. Wenn der vorne auftaucht, tot. Wenn der hinten auftaucht, tot. Also wir. Wenn der hier auftaucht... Vielleicht sogar eher tot. Möglich. Wenn der rein... Wenn man... Ja, genau. Wenn der rein... Wenn man... Oha. Hier hat es eine Meinungsverschiedenheit gegeben. Junge, Junge. Woah, das ist ja... Das ist ja brutal. Also... Das ist ja... Nee. Also nee. Das ist voll gemein. Die haben mir einfach so eine Metallstange durchgejagt. Das ist krass. Was ist das? Nimm einfach mal mit. Mein... Der wurde umgelegt. Ich glaub der andere ist halt nur ne... Quasi eine Truhe. Wurde der umgelegt? Frage. Ich weiß gar nicht. Da haben alle... Keine Wurmen mehr. Deswegen... Da zeige ich nur zwei Slots tragen. Plus wenn ein großes Inventar ist. Noch ein, vielleicht zwei. Ja, aber... Ich bin mir aber relativ sicher, dass das ein Spieler war. Das würde ich jetzt ultra gefährlich was wir hier machen. Oh! Wird das Ding keine Wurmen mehr? Das ist ja eher... Äh, kein... Ist ja bescheuert. Finden wir schon mal... Hat die einen Scope drauf? Nee. Sonst hätte ich mir das einfach weggeschraubt. Ist ja cool gewesen, ne? Ist ja immer etwas Scopeiges. Ich hab übrigens ne AK... Hab ich mir... Ich hab mir ne AK gekauft. Ne, ne AK hab ich. Und hab mir einen Hammerscope gekauft. Für... Knappe 60.000. Für 60 Riesen. Ja. Mit der gehe ich aber demnächst mal einfach auf die Pirsch. Das sind 60.000 Futschflüsse. Wow! So what? Im Notfall resett ich mein Account. Also jetzt wird hier ein bisschen... Ne? Sobald mit dem Lulli da sein. Jetzt... Wollen wir uns... Was uns zusteht. Ja. Ihr seht. Aggressiv. Motiviert. Ja. Und ich scheue weder Tod noch Teufel. Okay. Ich hab schon Angst, aber... Das soll jetzt halt cool klingen. Nimmst den Helikopter und dann geht's los. Du... 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 Ne Mektar, Junge. So ist es nämlich aus. Wo sind die Typen hin? Noch was drinnen. In der Kasse können wir uns ein paar Rubels verdienen. Rubels? Rubels? Nicht viel, aber... Kleinvieh macht bekanntermaßen auch seinen gewissen Mist. Ich weiß es nur nicht in welche Richtung. Der Heli zeigt glaube ich in Südrichtung. Weiß es nicht. Glaube. Wir müssen eher in Richtung Nord. Glaube ich. Also... Ich... Ich will eigentlich lieber kämpfen. Ich hab eigentlich jetzt hier gar nicht vor, als... Heile, heile Segen hier aus der Situation rauszukommen. So wenn ich ehrlich bin. Was denn das? Bist du, da sucht man einmal Stress. Dann ist da keiner. Ja, hätte man sagen können. Ja, du hättest ja... Typen aggressiver hinterher gehen können. Ja, aber wie... Sinnvoll ist das, wenn Leute halt einfach... Offensichtlich besser equipped sind. Plus sie... Plus sie kommen sehen. Also... Ich meine, ich bin ja schon manchmal schon... Sagen wir es so... Na ja, das war dumm. Alter, war das dumm. Jetzt... Weiß endgültig jeder, dass wir hier sind. Tritte. 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 Wer sind da... Tritte. Die sind doch Schritte. Ja, mega nice Ich glaube, es sind doch keine Schritte Oh ja, nice Ich bin schon so mega paranoid durch dieses Game Dass ich echt gar nicht mehr klarkomme Ich muss jetzt trotzdem mal abchecken, wo der Heli Wohin der Heli zeigt Allein, um einfach mal absehen zu können Moment, das dauert nur ganz kurz Ich habe hier extra die Map in einem Download-Ordner abgespeichert So, zack, also der Heli zeigt Richtung Nee, der Heli zeigt Richtung Norden Wir müssen dem Heli folgen Ja, genau Und dann einfach nach rechts abbiegen Genau, so machen wir das jetzt Dann können Sie sich immer aufhalten mit Oh Gott, kann da jemand sein? Ja, vielleicht ist da jemand Und dann Können wir ihm Dein Schöpfer zu Natürlich, was sind sonst? Plex, was ist das? Das ist das Plexiglas Energy Drink, das ist cool Oh, Tresor Rubels? Was ist das für ein Mist? Und irgendwo den Key Muss bestimmt ein Key für den Tresor finden Oder ein Rad dran Hat das natürlich so feinste Logik Feinste Videospiel-Logik Du brauchst einen Schlüssel Aber der Tresor hat Jede Wette, dass der Tresor einfach Oh, Euros Geil Ja, macht doch gar keinen Lärm Oh, die Festplatte Immer besser Geht doch nicht Da ist jetzt was Geiles Wenn ich spüre es Okay, doch nicht Ja, come on Ey, ja Ich durchsuche jetzt acht Fächer Das ist Das ist der Lut des Tages Das ist ein Schokoriegel Ist das ein Schokoriegel, den wir da haben? Ist ja gerade noch so Nö Das wird nicht alles durchsuchen Das Spiel bringt mich nicht dazu Die acht Dinger zu durchsuchen Nein Niemals So ein Stecker Können wir unser Handy laden Zur Not USB-A Was ist USB-A? USB-C und Micro-USB Und Mini-USB Was ist USB-A? An dieser Festplattenanschlüsse Oder so Wo man so extra An der Platten anschließt Ihr wisst schon Ich weiß es nicht Ich will was legen So ein Kabel Ist das USB-A? USB-A? Ich weiß es nicht IM-Count Das hört sich teuer an Das hört sich richtig teuer an Ich glaube, das ist das teuerste Item hier Sieht gut aus Matches Streichhölzer Nope Jetzt hier Doch er hat tatsächlich einen Schlüssel Ich glaube, man bräuchte in der Realität einen Schlüssel So wie den Code Great Das Insektenvernichtungsspray Nice Äh Da war der Heli Und das ist dann unsere Richtung Wenn wir uns jetzt hier rüber beamen würden Dann wären wir im Ausgang Aber ich will eigentlich gar nicht Ich möchte Ich wiederhole es nochmal Ich möchte eigentlich nicht mal unbedingt überleben Ich kann das Zeug irgendwo unterbringen Und ich habe jetzt eigentlich keine Lust Hier Was ich Eine halbe Stunde Richtung Ausgang Da zu watschen Das ist ja voll mühselig Das ist eigentlich nicht in meinem Interesse Muss ich echt sagen Das ist der Hammer Wenn ich mal wirklich hier entkommen will Dann schießt mich einer einfach zu Klump Und jetzt Wo ich einfach bereit bin Mich auf Kämpfe einzulassen Also sofern ich die natürlich auch irgendwie vielleicht gewinnen könnte Und dann Du kannst noch was von wissen Nice Toll Hallo Ah Das Ist natürlich was sehr sehr feines Weiß nicht Jetzt schon mal Bock einfach auf G zu drücken Und Schmeißen Oh mein Gott Er wirft sie direkt Das ist ja krass Alter Korrigiere mich Jetzt Weiß Endgültig Jeder hier auf der ganzen Map Dass wir hier sind Bisher wusste es nur die ganze Klinik Jetzt Weiß es jeder bis zur Küste Ja aber Sollen sie ruhig wissen Ich bin da Freunde Also Leute wenn ihr hier Stress sucht Ich bin da Ich möchte es nur sagen Ich nehme jetzt hier mal so einen Energy Drink rein Also ich hoffe einfach dass der Unser Wasser wieder auffüllt Und uns einfach ein bisschen Ein bisschen hier Hat nicht viel gegeben Können wir jetzt länger sprinten Eine bessere Energieregeneration Zufolge Ist das so Weiß es gar nicht Oder Ach wie dem auch sei Ja gut Können wir hier hin Das müsste eigentlich so passen So eine Diagonale Da kommen wir zur Rack 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 Ja das ist so ein kleiner Schrittpunkt Da müssen wir definitiv auf irgendwelche Freund Schrägstrich Feinde treffen Also irgendwas was wir töten können Ja und ich habe mir jetzt einfach zum Ziel gesetzt Ich niete alles um Dann auch ein cooler Nebeneffekt Dass ich halt Eine Shotgun ersetzen könnte Durch irgendwas Midrangeiges Also so jetzt irgendeine AK oder sowas Wäre schon mal ziemlich cool Das wäre schon mal was Das ist echt Das ist ja der Wahnsinn Mir geht nix Das ist ja der Hammer Einer drin Eht das Fenster Weiß es nicht Oh je Aufgeregt Ich habe Angst Was Hä Ja wow Er ist durch die Tür erschossen Das schaue ich mir in der Aufnahme nochmal an Ähm Ich packe es euch Da oben hin Ja Ich kann jetzt nichts dazu sagen Äh Vogelhaftigkeit Äh Hat uns einfach durch die Tür erschossen Ich bin jetzt irgendwie wütend Das war ja absolut lächerlich Oder war das durch diese Glitscherei Habt ihr das gesehen Wie es so hin und her geglitscht hat Wer immer wieder die Waffe eingefahren hat Das ist natürlich Mega 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 Lame Lass mich auch an Was schnell vorbei Wie ich dachte Das hat alles kalt gesehen Naja Nächstes Mal versuchen wir es wieder Und ja Ich schaue mir das nochmal an Ihr habt es jetzt schon gesehen Keine Ahnung Ich kann dazu nichts sagen Es war auf jeden Fall irgendwie dubios Dann wird es so Äh Trotzdem tausend Dank mal zuschauen Macht's gut Lasst ein Like und ein Abo da Wenn es euch gefallen hat Bis zum nächsten Mal Bei Tarkov Escape from Tarkov Wie auch immer Ciao Wie auch immer